hallo leute willkommen zurück zu pokémon mystery dungeon wir befinden uns immer noch hier in diesem abschlusstraining und ja ich sollte bald mal was zu essen finden ansonsten ja können wir diesen dann schon nicht beenden oder wir mitkommen ja nein danke mag ich nicht ja ich muss selber es was essen zwar schließen heilsamen hier meine güte hier noch hier ist nix wo soll ich lang gehen da ich wieder was kleines zu essen ja geld gut und da unten ist die treppe sehr gut und alt geld mit dem und dass da auch top elixier habe ich jetzt zwei davon ja habe ich gut dann will ich was nach sind und zwar hat schade noch hat keine ap mehr gut dann muss ich ihr jetzt ein top elixier zum trinken geben bitteschön damit sie auch wieder angreifen kann ich bin was ein weiter ich bin glaube ich wirklich auch für die wasserattacken angewiesen besonders jetzt die zieht wieder nach feuergebiet aus hier super ok wo nach hallo schaffst du das ja bestimmt kommt du schaffst das machen ja ist es da ist immer noch nicht da und es hält auch zu viel aus hallo nach schon bitte danke ja ich muss jetzt hier immer mehr und mehr aufpassen was machst du da jetzt weg ist jetzt kein spiel ja komm sofort her das jetzt echt nicht lustig das kann ich jetzt nicht gebrauchen wo ist die treppe da oben ist ein item ein war ja danke vielmals nein ich muss wieder was essen haben noch ein heilsamen gut ja was haben wir denn noch sonst so hier eine treppe perfekt und eine bede noch perfekte weg hier wie weit will dieser scheiß dann noch gehen bzw wie lange will dann auch weg gehen und ich kann die beere essen gut dann ist hier so du also du kommst du nicht zu mir du ja vielleicht so einfach stirbst sehr schön treppe 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 nämlich 42 ist immer noch nicht wie viele gegner moment habe ich habe ein erstarrort und ich habe noch ein jahr gut muss ich einsetzen hat das größte problem hier für mich ist gerade trauen vogel wenn es abgangsbund einsetzt dann ja habe ich ein problem der rest ist eigentlich keine große sache gut sagt dass ihr blatt nummer eins dann sagt dass ihr das nummer zwei irgendwo war noch ein kaputt ja da oben rasierblatt nummer drei wechsel gut jetzt haben hier vielleicht irgendwas zu essen ja da oben waren gummi zwar wieder keins dass ich sonderlich mag aber immerhin essen gut sehr schön und ich lerne war da kommt ein pokémon was ist es flunkkiefer das würde ich dann doch gerne auch aus der ferne besiegen weil wir nichts effektives haben was gibt es hier nichts toll saggasse fuck meine güte hier da die treppe und den item was ist es ein was war es denn ich konnte sich ein heilsamen wieder gut da unten hätte es wieder was angegriffen aber nee danke wir gehen weiter gut ich habe schon wieder hunger ich kann bald nichts mehr essen doch ein heilsamen habe ich wieder ebene 43 wie lange dauert dieser dann schon noch ich habe nicht keine ahnung moment 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 apfel mir geht es schon wieder ein bisschen besser wo soll ich hin weg nein tut mir nicht weh ja mir geht es schon wieder ein bisschen besser ganz im ernst oknilz level ab schön aber wenigstens kleines problem weniger moment geht es da rechts weiter nee scheiße hätte er sein können mag die fachschade bitte mach du das mein armes herz mein armes herz scheiße ich brenne habe ich gar nicht bemerkt scheiße fack 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 das war sogar eine sackgasse habe ich jetzt noch irgendwas jetzt habe ich natürlich keine halser mehr fack ich brenne fack 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 ich brenne uncool jetzt echt uncool irgendwie macht es mir kein schaden da ist noch ein mag wie irgendwo wo ist dieses scheiß mag es muss weg ich habe angst vor ihm wo ich die treppe ja ich glaube jetzt mit absicht sehr sehr langsam dass ich irgendwie in einen markt wieder ein lauf oder so da ist nur noch hallo die ep nämlich mit sagt gut ja wo ist die treppe das nicht die treppe ist nur so ein tolles schild wo geht es hier lang ja gibt hier war da 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 ganz schnell und warum verletzt mich das feuer gerade nicht leute verstehe ich jetzt gerade nicht aber mir ist das recht sein sofort wieder weg und 44 mit einem samen gut wo will ich lang gehen ja hier mal vorläufig dann ich habe keine ahnung scheiße kiefer solarstrahl ja definitiv ich stecke natürlich zurück natürlich schrecklich zurück hör jetzt auf damit ja ja immer ich schrecke zurück natürlich natürlich schrecklich zurück ich dich doch du schreckst nicht zurück ist klar wo willst du genau hin knitz geht auch weg ja komm leckt mich doch hauptsache shana ist bei mir ja komm scheiß drauf mach was du willst du ok knitz ist gleich weg vom fenster wahrscheinlich ja definitiv fachsinn sondern bist du auch weg gegangen geht weg du du scheiße knitz warum musst du auch auf eigene faust losziehen halt da ist was grün gummi ok es sich dann hat auch gleich so tag wenn ich in bedrängnis kommen soll so ja genau wie jetzt zum beispiel scheiße shana hilft mir hat gepasst ok gut scheiße diese feuer pokémon richtig was auch alles noch im leben ja ist gut und weiter wo wir sind nur noch zu dritt 45 oh mein gott für viel enthebt schlafsamen auf ok mit 4 kann ich leben wo soll ich hingehen da ist eine sackgasse ok und du es da mit dem kann ich schon wieder nicht mehr so toll leben sie ist ein item ein ort einmal ort schön wo geht es hier lang stimmt die dann sagt nie doch nein doch muss eine sackgasse sein oder ja ist es toll warum sehe ich hier so wenig müsste könnte ich wenig zuvor bereit wenn irgendwie ein feuer pokémon angelaufen kommt oder oder so wie viel ist nicht so das problem jetzt nicht so das problem ja stirbt doch gut damit komme ich klar dann hier was aber höher status ist bloß weggegangen ok in ordnung vorkontos da vorkontos da sehr gut ja gut es ist verwirrt das müssen wir dann doch ausnutzen habe ich noch nein ich habe natürlich kein platzierblatt mehr stirbt gut ja gegen feuer pokémon will ich ungern kämpfen will ich umgern kämpfen aber fuck bitte schaden macht kaputt bitte macht kaputt nein jana bitte danke es hat sogar eine box dabei schön jetzt muss ich nur noch überleben um das ganze zeug zu explosiv samen gut kann ich auch essen jetzt müsste ich nur noch überleben 46 ich habe das gefühl scheiße jetzt sind unterwegs scheiße ja wenn eins kommt muss ich beinahe soll ich jetzt nicht erst einsetzen ich versuche mal den positiven einsetzen ich habe doch was gemacht funktioniert er auch nicht durch die wand na super kommen erst da ob das muss sein leute dieses traumvogil ist geht gar nicht nein kommt bitte näher mag mit kilo ja bitte gut hoffentlich kommt kein traumvogil mehr shana musste das jetzt unbedingt sein naja ist in ordnung ich hätte es jetzt schlafen gelassen aber okay wenn du meinst was zu essen sie wäre sogar toll und die teppe noch toller 47 ja ich muss vorsichtig sein ich habe jetzt kein erstarrtort mehr ja was gibt's hier oh mein gott hier ist das verbirrend ich dachte schon warum ist nilz jetzt wieder hier was hallo warum treffe ich nicht ja danke der magen knurrt ja ist schön wo laufe ich eigentlich hin verdammt da ist sackgasse das ist da oben gehen wir nach rechts auch eine sackgasse super 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 ich werde verfolgt von was von einem pfiff hier ok nicht so schlimm jetzt sagt sehr gut gemacht machen gut vielleicht noch mal gleich ja gut und es rennt weg ja super ich habe keine fernkampfwaffe mehr apropos ich glaube es ist nicht dumm wenn ich jetzt das elixier trinke damit ich wieder rasierblatt attacken habe außerdem ist jetzt gleich zu ende aber es geht noch weiter und wir haben es geschafft ja gut das elixier weiß verschwendung gibt es dazu aber ich bin froh dass wir durch sind das seite ja wieder endlich 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 hat diesen schrecklichen ort bezwungen ja er war wirklich schrecklich oh ja da will ich so schnell nie wieder reingehen aber es ist unfassbar es ist so unglaublich und fassbar es geht mir wirklich nahe ihr habt es geschafft jemanden wie mir neue inspiration zu schenken vielen vielen dank zum dank gebe ich euch das hier neben das zeichen meiner dankbarkeit es ist der schatz meines opas behandelt in mit sorgfalt ein braun band haben wir gelagert wenn er hören würde dass ein erkundungsteam diesen schrecklichen ort bezwungen hat opa wäre außer sich vor freude so viel ist sicher wo auch schon kommen wir gehen schnell weg das war das war jetzt hartwürdig das war brutal aber so ich will mich wieder ausrüsten mit items und zuerst will ich wissen was dieses braun dingens macht da ist das braunband info rausband mit einer angriff spezialangriff verteidigung okay das kommt definitiv mit also ich überlege gerade ich muss mir nur noch ausrüsten nehme ein zinkband mit noch ein zinkband mit das hellblau ja ich war nee 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 moment ja jetzt muss ich mich wirklich genauestens informieren das habe ich überhaupt gefunden weiß nicht ob ihr das noch mitbekommen habt eine akura brille ach so ja nee das ist gar nicht das die röntgenaugen genau wenn der anführer trägt kann er standorte von items und gegner erkennen ja das ziemlich cool was sie jetzt besser hellblau band ja ich mache das genau dasselbe ich nehme mal das mit und das mit das mitten zwei zinkbänder gut dann vier äpfel großen apfel vielleicht was noch blablabla bla 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 das da und da und da was ach so ja ich weitere noch ganz viele eidem мы scheisse da eigentlich gar nicht gedacht gut das kann ich noch alles verkaufen natürlich ako nicht so weit gedacht das kann ich verkehrtes behalten sich dass da dass das das link box behalte ich auch mal das kann weg mit der kohle kann weg donner behalte ich mal noch das kann weg und das 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 das link box behalte ich dass das kann weg also haben kann weg behalte ich halte ich so wunderbar gut ja leute hier passiert nicht mehr viel aber ich werde mich jetzt wirklich noch komplett aufrüsten die boxen schätzen lassen hier sind noch ganz viele boxen verdammt die schätzen kann sehr gut was haben wir denn so in der box ist schwarz gummi super vielen dank ja sie wird die leute das ist langweilig finden die können ausmachen es passiert nicht mehr viel ich werde mich nur noch bereit machen für das nächste abenteuer könnte man sagen ja das will ich euch jetzt nicht vor enthalten dass ich da noch alles kriege es ist drin eine video karte super kann ich auch unbedingt gebrauchen als nächstes haben wir ja luxio klaue habe ich auch nicht im team ein luxio dann was noch in der box sein magma klaue will ich jetzt auch nicht unbedingt haben gut und was noch ist so schweif ja auch großartig und das letzte item dass wir kriegen ist in der box mag die klaue ich glaube jetzt kann ich dann sogar eben welche items zu glibunkel bringen aber ja mache ich das war das tue ich euch nicht mehr an keine sorge also das kann dann dass das das kann weg das kann weg und das und das und das ist in ordnung gut das kann alles weg also was will ich jetzt noch mitnehmen habe erst zwei bären mitgenommen gut möchte ich natürlich noch mehr mitnehmen nee das nicht das zeug zum werfen nämlich mit jeden ab brauchst du wirklich nicht viele bären bitte fünf stück beleber sagen mit der ganzen menge besten der ganze zeit einfach so weil ich kann top elixiere bitte 23 und den ginseng nehme ich noch mit und ob es na klar wenn er start ob den appell ob das nicht das nicht das nicht ach so ja das habe ich noch gewohnt ein platz dann habe ich gefunden ein kingstein wenig gefunden gekauft link kabel habe ich glaube ich auch gekauft und sonnenstein habe ich kaufen wasserstein habe ich gekauft und die link box haben da gefunden ja aber ich glaube so sollten wir dann wirklich bereit sein wenn etwas könnten wir noch tun und zwar sehen ob die kämpfe uns noch irgendwas tolles haben habe ich von allem genug danke und vielleicht du noch ein toller tm oder so sag mal her leute ich will ich will ich will den eiswahl haben wirklich sorry ich will den jetzt haben geil was kann ich denn war nein ich will etwas nehmen irgendetwas teures besten tms kann ich dann verschleudern die brüller brauche ich sowieso nicht bodyguard auch nicht anziehung und aufrautung auch nicht ich hoffe wenn ich die verkaufe kriege ich genug geld zusammen ja ich will jetzt nicht meine bankplünder gehen lohnt sich echt nicht verkaufen ja bitte dass dann das dann das da und das da reicht auf jeden fall aus wunderbar darf ich sonst etwas tun ja du könntest mir die tm verkaufen die ich vorher genannt habe ja also die per eistrahl ja bitte danke danke das reicht dann auch gut leute das war es für heute mit pokémon mystery dungeon ein bisschen länger aber macht ja nix und ich gehe speichern komm schon da gehen wir schlafen möchte speichern ja bitte ich bin auch schon ganz müde siehst du also also leute das war es für heute ich danke mich fürs zu sein und ich hoffe es hat beim nächsten mal wieder dabei wenn wir uns an eine neue aufgabe machen mehr sage ich noch nichts das werden wir dann sehen also bis dann macht's gut tschö